Welche Herausforderungen erwarten den Direktor eines Museums? Wir sind ein Museum moderner und zeitgenössischer Kunst und müssen der Zeit entsprechende Kunst zeigen. Der Wettbewerb ist gnadenlos. Zeigt man in einem Museum ein Objekt, wird es dann zum Kunstgegenstand. Nehmen wir zum Beispiel Ihre Handtasche, um sie da hinzustellen. Würde sie dann ein Kunstwerk. Ah. Okay. Im kommenden Herbst präsentieren wir die argentinische Künstlerin und Soziologin Lola Arias und ihre Ausstellung The Square. Wir als Museum dürfen keine Angst haben, Grenzen zu überschreiten. Das ist auf gar keinen Fall. Hey! Du hast mich lieb genannt! Ich mach Chaos mit dir! Es war Zeit, was zu essen. Wir haben ein fantastisches Buffet. Wir haben für Sie Mais zu mit einer Pilzfüllung und dazu... Lassen Sie sich bitte Zeit, das... Sie sollen sich Zeit lassen! Sagen Sie mal, wie oft suchen Sie die Nähe von Frauen, die Sie kaum kennen? Und schlafen mit Ihnen? Fragen Sie sie, wie Sie heißen? Ja. Und wie heiße ich? The Square ist eine Zuflugstätte, in der Vertrauen und Achtsamkeit herrschen. Sie sollen sich verruhen! Wir haben alle die gleichen Rechte und Pflichten. Die Zuflugstätte, in der Vertrauen und Achtsamkeit herrschen.